und damit ein herzliches willkommen so let's play marvins mittens freue mich dass du dabei bist dass du eingeschalten hast zum kleinen weihnachts let's play so zu sagen wir wollen wir gleich mal durchrauschen zum zweiten weihnachtsfeiertag hier hallo hallo da hängt er fest und dann fahren wir hier weiter ja freue mich dass du zum zweiten weihnachtsfeiertag eingeschalten hast hoffe dass du eine schöne weihnachten verbracht hast bis jetzt und dass es immer noch schön ist natürlich auch harmonisch hoffentlich mit der familie freunden bekannten wie auch immer hauptsache es sind menschen die die nahe sind die dir wichtig sind dann wollen wir mal da runterfahren so und wir suchen ja immer noch unsere handschuhe in der letzten folge habe ich ja hier ein bisschen probleme gehabt den weg zu finden den habe ich die probleme habe ich immer noch dann schauen wir mal ob uns das jetzt besser gelingt es wird wahrscheinlich auch die letzte folge sein von marvins mittens nehme ich mal an zumindest ich hoffe wir finden in dieser folge die handschuhe noch und beenden das ganze ja ich hatte gerade noch ein paar probleme mit der aufnahme und so da geht es nicht weiter dann muss ich dann da hoch gehen wir mal da hoch sehr schön marvin hippie sehr schön und hoch da jawohl ja ich habe ich hoffe ihr habt gut gegessen hatte eine schöne zeit bisher und habe sie immer noch ich bin ein bisschen spät dran mit der aufnahme muss ich ehrlich gestehen ja es hat alles nicht so funktioniert wie ich mir das eigentlich ursprünglich gewünscht habe aber nun gut was willst du machen immer ist es halt so ja und eine schlittenfahrt jawohl ich war ja privat eigentlich schon lange nicht mehr schlitten und wenn dann ist es schon ewig her aber wozu ist es eben da fehlt auch irgendwie die zeit und die lust ja genau und wo müssen wir sind das ist die frage wo geht es weiter wir sind hier ich schätze mal da ist noch ein berg und da müssen wir wahrscheinlich hin so danke und uns läuft aber immer auch die zeit davon das nicht ja ein bisschen doof kommt auch da jawohl hoch da da hoch wie hoch komme ich denn jetzt so weit okay und da hoch vielleicht aber das bringt mir alles nichts dann bin ich wieder hier ist doch misst so wo komme ich denn hierhin mich hier weiter gehen da komme ich nur dahin dahin genau das hatten wir ja auch schon hippie sehr schön darüber ich glaube das brachte mir aber auch nichts mehr nicht wirklich da hoch da hoch da hoch da ist noch ein ast auf den wir können jawohl und da haben wir noch was da haben wir auch noch was darüber jawohl 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 und jetzt da hoch sehr schön und darüber wo ihm rüber ist ich genauso weit wie vorher ist doch doch komm schon das ist doch irgendwie aha aha jetzt wird es interessant sehr schön dann gehen wir mal da rüber mal gucken, was uns das hier bringt paar Schneeflöckchen wieder, jawohl oh oh, was ist das? ich hab Angst shit ah ok, gut kein Problem ok, wie komm ich denn da ran jetzt am besten da rüber komm ich da auch direkt hoch jawohl da hoch, jawohl aber weiter komm ich da nicht, ne? ich komm da nicht weiter da auch nicht äh wir stecken doch jetzt hoffentlich nicht in einer, auf ewig in einer Sackgasse hier jiham ja, wie gesagt wahrscheinlich wird es die letzte Folge von Marvin Smithen sein zumal es auch zeitlich etwas nicht ganz unproblematisch ist das Ganze aber wenn ihr natürlich noch mehr sehen wollt falls wir hier das Let's Play hier nicht beenden können dann wenn ihr fleißig Kommentare schreibt lasse ich mich da vielleicht auch erweichen na toll jetzt bin ich wieder hier super jawohl und was bringt mir das? das ist ja die Frage was bringt mir das? offensichtlich mal nichts so wie ich das sehe ich komm da auch nicht durch nicht wirklich also irgendwie steh ich hier vor einem Rätsel ja und hier scheint es ja auch nicht weiter zu gehen ja hier kann ich ein bisschen Schlitten Halfpipe machen hier aber bringt mir auch nichts da hoch ich komm da nirgends nicht hoch ne keine Chance nichts zu machen da scheint es nicht weiter zu gehen so gucken wir mal auf die Karte äh wir sind da okay aber wo müssen wir hin? ich weiß es nicht da bin ich hergekommen da komm ich nirgends nicht hoch unser Marvin ist ja gut gepolstert Gott sei Dank sehr schön da geht es hoch aber gibt es nochmal sowas? was ist denn hier? aha jetzt auch noch zwei Flöckchen hoch da komm schon Marvin hoppala okay schafft er nicht anscheinend ne ich komm da nicht ran Mist Gemeinheit so und da komm ich wieder nur da raus ne das bringt mir auch nichts nein hm kann ich jetzt noch da hoch? ja das kennen wir ja schon aber weiter komm ich hier halt nicht ich komm hier halt einfach nicht weiter und hier geht es anscheinend auch nicht weiter nein nein auch nicht hm ist natürlich doof hm was machen wir da? Marvin na komm ah warte mal ah warte mal da ist die Wolke kann ich auf die Wolke? aha das sieht man manchmal gar nicht man sieht gar nicht wo man immer drauf kommt ah ok so und da sind wir auf dem Gipfel so dann sind wir wahrscheinlich gleich wieder die Zeit weglaufen schätze ich mal so wie ich Mama kenne sehr schön jippie jawoll ok also den Berg da hoch mal gucken ob ich mir das merken kann da hoch sehr schön wir müssen uns jetzt ein bisschen Gas geben ok hier komm ich nicht runter oh da ist so ein ich hör's doch schon wieder schnarchen na komm schon kleiner Mann da 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 genau komm schon komm mit komm schnell schnell bevor Mama ruft komm hier jawoll danke dir ja schön einen weiteren Durchgang geschaffen von dem ich jetzt noch nicht weiß wo er hinführt nein wir gehen weiter jawoll huhu ja schön und was haben wir da hinten? ok da ging's jetzt auch nochmal hoch schauen wir uns das mal an yay hola ok ah so ist das ok wir müssen also erst hier hin dann kommen wir da hoch jawoll da hätten wir doch wieder was gefunden meine lieben Freunde hä gell Marvin hier da werden irgendwie irgendwie ich weiß nicht da werden irgendwie Kindheitsträume war oder nicht ja also ich weiß auch nicht sowas wünscht man sich irgendwie als Kind sonst oh oh shit ich komm da nicht hoch Mist ok wir rennen schnell dahin vielleicht können wir wenigstens das hier noch mitnehmen ein bisschen jawoll weil Mama ruft uns jetzt gleich nach Hause oder lässt sich das auch noch austricksen wollte ich sagen genau ok ich hoffe ich kriege den Weg noch auf die Reihe dann schauen wir mal vielleicht mache ich die Folge einfach länger wie sonst jawoll na komm ja schön Marvin schläft nice safe and continue bitte danke so hippie ach so ist noch nicht so weit hippie genau so komm Marvin auf geht's wir haben es eilig wir müssen uns leider ein bisschen beeilen ne jawoll da durch jawoll und da durch abwärts bitte jawoll 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 sehr schön sehr schön ich weiß auch nicht ob wir alle durchgänge jetzt haben jawoll sehr schön einmal durch flitzen jawoll sehr schön ja das ist ja noch mal eine Rodelfahrt hier so von so einer Rodelfahrt hätte ich geträumt als Kind ah jetzt sind wir wieder hier sehr schön dann können wir direkt hier weitermachen genau und dann kommen wir wieder hier unten rein so wie ich das sehe ne war doch hier oder auch nicht jawoll na komm da haben wir noch das eine oder andere was wir noch holen können müssen sollen dürfen wie auch immer da gehen wir mal von oben vielleicht führt uns das zum Erfolg genau ich glaube jetzt haben wir alles hoffe ich zumindest ich bin mir da nicht ganz sicher weil ne der Kaffeeonkel wisst ja Bescheid der ne übersieht ja auch gerne mal was und so sehr schön und dann wollen wir mal weiter gehen und da gucken was haben wir eigentlich da unten noch war ich da auch habe ich da auch noch was ah guck mal hier geht es ja auch noch weiter uiuiui hier geht es ja weiter oh da haben wir noch mehr das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen und da haben wir oh oh jetzt wird es aber eng jawoll sehr schön hippie genau aber hier geht es jetzt nicht mehr weiter wir müssen wieder hoch und ich möchte ja gerne noch die Handschuhe finden bitte gerne oh hier hat es auch noch was sehr schön gut aber wo müsste ich jetzt wo war ich jetzt nochmal wo muss ich jetzt nochmal wo ging es nochmal hoch ich weiß es nicht mehr ah hier genau jawoll jawoll sehr schön sehr schön achso okay da drüber sehr schön ja dich brauche ich jetzt gerade nicht danke und hier geht es abwärts okay wir gehen mal hier lang ne hier waren wir ja schon bringt uns nichts da haben wir nichts verpasst jetzt gehen wir mal runter oh oh okay nach unten oh oh zack sehr schön was haben wir hier noch hier haben wir nichts so wie es aussieht kein weiterer Durchgang hm aber hier haben wir noch eine Schneeflocki komm nimm sie mit Marvin jawoll und er auch sehr schön so hier geht es rüber hier haben wir noch was mitnehmen ah ah aber ich will jetzt erst wieder zurück oh oh immer wieder vor und zurück ne ähm okay da ah jetzt okay was haben wir hier tun wir noch mehr sehr schön und hier hoch nochmal halt hier hoch nochmal komm schon Marvin jawoll was haben wir hier okay ich komme erst gar nicht runter sehr schön oh oh das war falscher Knopf oh oh okay äh wo bin ich jetzt wieder oben hä bin ich jetzt wieder hier oben wo bin ich denn gekommen wo bin ich denn jetzt okay ach da okay alles klar das ist ja nice jawohl jawohl sehr schön dann will ich nämlich da nochmal zurück gehen kurz nochmal da hoch gehen jawohl sehr schön weil ich glaube nämlich dass uns da ein bisschen was entgangen ist gerade nicht hier sondern war das hier ja dann wäre schon die hier oder hier sehr schön genau komm schnell mit jawohl bevor Mama wieder ruft sehr schön aber wir gehen direkt weiter jawohl aha okay hier komme ich schon mal nicht runter aber hier komme ich hoch sehr schön da sind wir jetzt okay ich bin mal gespannt jawohl und da ist noch eine Schleife sehr schön das heißt wir sind wohl auf der richtigen Spur Marvin komm komm gehen wir da runter na na oh kriege ich die noch ja die kriege ich noch jawohl sehr schön da hoch da hoch jawohl da hoch oh oh jawohl und da lang jawohl und da geht es ja wieder ganz nach oben glaube ich also nehme ich jetzt mal an ich weiß es nicht aber ne wäre naheliegend die Vermutung da rüber da hoch jawohl und da hoch komm schon oh oh hi wie er immer macht ne hi jetzt sich immer freut der kleine Marvin ja die Folge geht auch schon fast 20 Minuten ich denke ich mache eine überlänge Folge dieses Mal weil vielleicht schaffen wir es ja noch ich würde es ja schon noch gerne zu Ende bringen das Let's Play oder ich bringe einfach nach Weihnachten noch eine oder zwei Folgen schauen wir mal komm 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 bitte jede alle ich müsste alle haben jetzt ist mir einen entgangen jawohl jawohl sehr schön yippie komm schon so wir rennen weiter der Hoffnung jawohl komm Twilight Twilight was auch immer nehmt's mir nicht übel meine englische Sicht das Beste oh okay Nordlichter heißen die Nordlichter naja ihr wisst schon was ich meine na komm schon Okay, hier geht es aber lange gerade aus und da scheint auch nichts zu sein Sehr schön Weiter, weiter, weiter Ich habe ja Angst, dass Mama gleich wieder ruft So Okay, und nun? Komm ich da nicht hoch, oder wie? Da ist er ja Oder auch nicht Nö, doch nicht Ach so ist das Hey, hast du dir weh getan, mein kleiner Freund Ich kann ihm gar nicht helfen Ich würde dir ja helfen, wenn ich könnte, aber geht nicht Menno Yes, genau Marvin hat nur seine Schneeflogen im Kopf Er kann ihm nicht helfen Naja, vielleicht steht er gerne mit dem Kopf im Schnee Ich weiß es ja nicht Kann ja sein, vielleicht macht es ja Spaß Also, mir wird es keinen Spaß machen, aber ich bin ja auch kein Elf Jihau Jippie Sehr schön Ja, das mit dem Fliegen klappt immer besser Oh, oh, oh Komm schon Ich habe immer noch Angst, dass gleich wieder Mama ruft Wie blöd das klingt, gell? Mama ruft, ich muss nach Hause Ja, nein Oh, oh Shit Oh, oh Mist Menno Zurück Da hoch, bitte Da hoch Ja, es hat schon seine Tücken Also, es ist schon Jump'n'Run, ne? Also, es hat schon seine Tücken Ähm Jetzt ist es natürlich die Frage Wie komme ich jetzt da? Unbeschadet hoch, wollte ich sagen Eigentlich Mami, komm Nein Na komm Sehr schön Hoch da Ich kitzle es an der Lippe irgendwie So ganz komisch Hatte ich auch noch nie Jawohl Geschafft Ja, das ist auch so ein Ding, wo ein bisschen tückisch ist Komm schon, hoch da Komm hoch Jawohl Nice Na komm Marvin Jawohl Ich weiß nicht, ob ich da runter will Deshalb gehen wir einfach mal Zuerst in die Richtung Nicht, dass ich das alles nochmal machen muss Sehr schön Jawohl Yippie Oh, da oben ist auch noch eine Okay Komm hoch Da hoch Da hoch, Marvin Danke Yippie Nein Gott sei Dank nicht ganz runter gefallen Darüber Na Vielleicht sind wir jetzt auch so weit von zu Hause weg, dass wir Mama gar nicht mehr hören Äh, Schlitten Ich kann doch bestimmt da irgendwo hoch Oder Kann ich da irgendwo Äh Kann ich da hoch? Ne Äh Wie jetzt Ich weiß nicht, ob ich da hin will Ganz ehrlich Ich weiß nicht, ob ich da hin will Komm hoch da Geh mal da hoch Da hoch Ich will da hoch Wie komm ich denn da hoch? So vielleicht Na, fast Oder ich muss es mit dem Schlitten machen Ne Hätte ich müssen im richtigen Moment abspringen oder sowas Na, komm Aber Wie Also hier komm ich schon mal nicht weiter Das ist schon mal sicher Komm ich da Oh Ne Keine Chance Fast Ah, so ähnlich Okay Ich glaube, ich habe es verstanden so vom Prinzip her Wie es denn Wie es denn funktioniert Aber ich weiß nicht, wie ich das gerade eben gemacht habe Gut Ah, nee, so nicht Ist nicht einfach So, da runter Äh Wie habe ich das gemacht vorher? Mensch Na komm Einmal so Ja, komm schon da hoch Nee, das bringt mir doch nichts Warte mal Vielleicht Vielleicht kann ich es auch andersrum machen Na, komm schon Geh da hoch Marvin Marvin Jawoll Nee, das bringt mir doch nichts Das bringt mir auch nichts Ist doch doof Wie komme ich denn da hoch jetzt? Bitte Ich will doch nur da hoch Nee Auch nicht Warte mal Komm schon Jawoll So geht das Nein, das ist gar nicht einfach Das ist echt schwer Naja, schwer Es ist nicht so einfach Also Sehr schön Da hoch Mount Teller Dann bin ich ja mal gespannt Ui, 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 Marvin Was sind wir hier? Wie komme ich da irgendwo hoch? Nein Hier komme ich hoch Halleluja Sehr schön Genau Yay Du sagst es Marvin Yippie Nein Komm schon Ja, es ist einfach Okay, kann ich mich jetzt hier einfach nur hochtragen lassen? Jawoll Okay Shit Okay Da rüber Da unten ist ein Pudelloch Den will ich noch erreichen vorher Komm, mein kleiner Freund Genau Hast du ausgeschlafen Komm mit Jawoll Komm schon Hier einmal graben, bitte Yay Yay Also irgendwie Es sah alles so aus, als hätten wir heim müssen Aber Vielleicht hören wir sie nicht mehr, die Mama Vielleicht können wir jetzt Länger bleiben Draußen bleiben In der Hoffnung, wir kriegen keinen Hausarrest Du weißt ja nicht Ob Mama Da komme ich entscheidend nicht hoch Jedenfalls nicht auf dem Weg So ohne weiteres Nee, ich weiß nicht, ob ich da hin wollte Probieren wir es mal da lang Wieder Achso, das geht ja nicht Hm Wie komme ich denn jetzt da wieder hoch Da nicht Ah, hier Ja, aber nicht so Ich muss das anders machen Ah, und springen Jawoll So Einfach mal hochspringen Mal gucken Aha, okay Dann habe ich hier noch einen Vorsprung Und dann kann ich Gleich direkt da hoch Hoho Was passiert, wenn ich hier hochgehe? Nicht ganz runter klatschen Oh Mann Oh Mann Ja Ich muss hier einfach nur reinlaufen Und dann Dass ich den Sprung noch übrig Ah, ah, das war zu Komm Einmal schweben, bitte Jawoll Ein, oh Es ist aber auch Manchmal, du Na komm schon Marvin, bitte Na komm So Und jetzt Jawoll Und dann da hoch Da hoch Und da hoch So Na komm Yay Nicht runter fallen Wie Alter Kom schon Sehr schön Jawoll Hoch Da hoch Da hoch OBA Ho Ha Au Mount Everest Oder was Die Musik wird auch immer schneller Also irgendwie habe ich das Gefühl Es könnte noch was werden mit dem Ende Also du weißt was ich meine Also hier das Finale Die Handschuhe zu finden Dann komm schon Und wie das weiter geht meine lieben Freunde Das erfahrt ihr in der nächsten Folge Von Let's Play Und ja wir machen noch eine Ich freue mich dass du eingeschaltet hast Ich wünsche dir noch einen schönen Weihnachtstag Zweiten Weihnachtsfeuertag Bis dahin Ciao ciao